wieder einmal auf den zügen wird richtig hart rumgecohlt er ist noch warm an aber So, jetzt muss er zeigen, was er kann Jetzt soll er mal zeigen, was er kann Also, sein Movement ist schon mal wie ein König So, jetzt heißt es B Rüber Schwitze, weil ich Tee trinke im Sommer Gut Oh, gut, wenn er ihn geklaut Oh, guck drauf, man hat er Oh, das war aber Oh, da hackt einer Er hat sich im Kreis gedreht Da, wo ist er? Nee Er ist noch nicht zu sehen Da müssen wir mal auf die 7 und die 8 achten Ich glaube, die 8 oder die 6 Er ist denn das Ursprünglich? Rose Rose ist die 8 Guck mal, was da oben abgeht Wenn er da hoch geht Er hält doch auf den Boden und so Na, es ruckelt auch Alter Schwitze, ist das schlitter Scheiße Da denkt er sich auch gerade so, da moat ich noch mal Oh, ist das Was für den Wer will deinen jetzt hier schnell erst machen? Jaaa Komm, mach jetzt irgendwas, Macker Komm, mach irgendwas Wir haben es jetzt schon neun Um 10 Uhr muss ich los, damit ich... Ich hab nur ne dreiviertel Stunde Alter Ich hab nur neuf Ich hab nur neuf Ich hab nur neuf Bei Aimbot bin ich mir noch unschlüssig Aber das werden wir ja sehen Wir haben ja noch ein bisschen Wo sind denn die Gegners? Wir sind in einem FZ Das ist ja auch geil Made of B ist denke ich auch immer das ein Gegner in Z Das ist ja schon mal wieder richtiges Highlight Bomben ist da übrigens down Ich vermisse sie auch Mein süßer Das ist dein Mate Da definitiv jemand an Ob das ein Aim-Hack ist weiß ich nicht Das ist einfach Das ist mir nur so War wegen dem Tee gerade Schöne Runde schwitzen 10 9 8 99 5 4 3 2 1 Oh wenn das ein hässliches 1 1 2 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 Schuss! Backbank! Grenade out! Smoke! Fire in the hole! Aber wo auch hin aint, wenn seine Mates da stehen oder oben jetzt in dem Fall! Ah, das ist so ganz, was ich nicht verstehe! Vielleicht ist er einfach nur... Oh, da muss was sein! Und vielleicht kann ich einfach nicht so rot, Mann, und wie... Er will! Er will! Er will! Grenade out! Ich habe ihn von einem Nikon als ergriffen. Na nun komm Maka, dreh auf, mach irgendwas Tolles, weil Train ist echt ne öde Map, wenn sich das so lange hinzieht. Die Robo-Watch wurde lecker als die Blüte, aber ich bin mir gelangweig. Hm, sind doch alle vor B. Genau, in deinen eigenen Schmook noch bleiben wir verwehrt. Wo kann ich sagen, AIM macht vielleicht mal irgendjemand oben? Oh, da ist der Gegend nicht getroffen. Ich zeige, da ist eben nicht frei. Die Hose kommt einfach. Also, er weiß auf jeden Fall, wo die Gegner stehen. Ob er reinhackt und AIM. Woah. Wenn die Robo noch unten geschlossen. Also, er spielt echt seit gestern. Moly doch jetzt, du Spacko. Das kann er nämlich unmöglich wissen. Jetzt hört er es aber. Jetzt hört er es aber. Er ist einfach 15, ne? Er ist einfach 15. Oh, meine Fresse, Alter. Ich reiße ihm die Beine raus, ey. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Das ist ja nervig. So. Jetzt haben wir da nochmal ein schönes Mirage. Dann werde ich mir nochmal einen. Den Rest meines Tees gönnen. Oh, hier ist sogar noch 2.000 drin. Da sind sogar noch 2.000 drin. Also, jetzt noch eine. Ja. 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 So, schade und waren so 2 Tramps. Ist es schon sehr professionell. Und da dreht sich auch einer auf den Weg. Ich hab' wieder auf jeden Fall Hack gegen Hack gespielt. Ich hab' schon zwei Bots. Ja. Jawohl, Schwurbel. Alle Teile auficiónen. Ich werde antiり measuresen. Er lasst zu hell. Alter. 그냥 ohneappa. Ja. BAREN C. Ein bugger. Ja. Ik komm' in die microwaval. J vaccinated Teile. Ja. Ich habe einen Ball in der anderen Seite. Ich habe den Animate. Oh, ey, was ist denn das? Das erfolgt bereits weiter. Jetzt haben wir keine Rüstung auf, ne? Kriegt man 99 in 1 zwischen der Nade? Ja. Deploying flashbang. Wir sind clear. Rüstung, Rüstung ist wichtig, muss ich sagen. Hat er doch nicht an. Oh, okay. Two feller left. Two feller left. Two feller left. Terrorists win. That is obvious. Oh, da stimmen wir mal zu, ne? So ein Kram hat er nicht gemacht. Er hat kein Upside Down Script gemacht. Na ja, immerhin, ne? So krass gank hat er jetzt nicht.